recht herzlich willkommen zur 17 folge von avorion ich habe noch so drei kollegen die was von uns wollen wahrscheinlich und wir wollen mal gucken ob wir was von denen noch kriegen können ab und zu läuft es ja so dass man so sagt komm ich nehme noch ein paar oder wird gekämpft schon oder was das täuscht nur wer ist denn der nächste bitteschön der ist achte der sechste ok dann ist der wohl kleiner wie der ja dann nehmen wir erst mal den gerade ok da geht schon los treffen ist jetzt pflicht ist klar nur gucken das war nicht selber getroffen werden da ist schon der andere zugange treffen wir noch ja wir treffen noch so immer schön in der größere reichweite hat der ist zwölf kilometer das war der falsche der ist soweit weg die müssen mal gucken wo die waffe ist die waffe kurz einmal ins visier nehmen und dann war es das ne so ich glaube auf der seite könnte er vielleicht nicht mehr schießen kann er sein ist der nächste dran wohl noch mehrere waffen jetzt haben wir uns geschickter vorgestellt können andere uns schon mal nicht mehr treffen ok der nahkampf ist momentan wohl das beste hier er wird nicht schießen der andere weil ich im schatten dieses schiffes bin und der linke und der schießt auch aber eher schlecht ne kommen dann machen wir da gerade auch noch sense wer schießt jetzt hier wo kommt der schuss jetzt weg da gucken wir uns mal gerade näher an wo ist dies teil ich glaube der schießt jetzt nicht mehr jetzt müssen wir nur gucken wer der andere ist da oben der schießt immer noch irgendwo der schießt jetzt nicht mehr oder nur weitere waffe dann kommt die gleich noch der ist ruhe es muss irgendwo anders uns noch hier der da rechts ist es noch der hat uns noch ein bisschen hier so und dann gucken wir mal näher ran da kommt der schuss weg der schießt nicht mehr der schießt so ich glaube jetzt sind wir von keinem mehr getroffen wer ist auch hier gleich sofort fertig den machen wir gerade dann schluss mit dem so der ist kaputt dann gucken wir uns den an wenn wir noch von irgendwem getroffen glaube nicht oder wo sieht der letzte da unten er kriegt jetzt auch noch eine fahrkarte der ist aber auch nicht mehr groß und das war's für ihn schönes bauteil hier noch eine waffe so jetzt sehe ich kein rotes kästchen mehr am rand oder nein dann haben wir sie alle bedeutet eins aus drei an und los geht's ein bisschen abbauen und das ist noch eisendonne gucken wir mal gerade als wir uns gerade schiff reparieren machen geht schon geht wohl schon mit der highlight das ist wichtig hier ist die tarn dann werden wir das ein bisschen abbauen da haben wir das titan auch schon erwischt glaube obwohl da muss noch mehr sein da sitzt noch titan oder das ist der rumpf der 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 frachtraumrad gewesen das ist das herz da kommen wenn wir so nahe gerade in den problemen sind ja ich glaube von dem ist nicht mehr ganz viel über darum lächelt uns noch ein bisschen metall an eisen haben wir so dann ist da noch was das ist auch weg hier sind noch ein paar schrottteile für uns noch relevant eigentlich nicht ne da ist noch was weg ist es weg ist es so wo es noch schrott jetzt nicht hier kleine teile wo ist ein ganzes schiff haben noch nicht schon alle abgebaut oder wohl doch oder was da flogert noch ein bisschen was ich sehe es dann nicht mehr wenn ist aber auch nicht schlimm ne da ist es oder da ist nur brach na komm schon da ist weg da auch was von weg das ist nur eisen ok da können natürlich noch andere teile sein die wir gerne hätten aber gerade noch die kurve gekriegt vom bremsen das geht auch noch der ist weg so großteil ist kaputt noch irgendwas das ist ein bergbauschiff ok dann ist da noch was da fliegt noch was rum aber sonst wüsste ich jetzt nicht wo noch was ist ne das ist nur eine antenne oder und kann das sein dass es da ja es ist dann fliegen wir dahin und machen da weiter holen uns dann noch mit dem bergbauleser was ab haben wir gerade wieder einen kampf gehabt und so soll man sagen wieder ressourcen dazu gekriegt im ende für können das schiff ein bisschen vergrößern machen wir und denke ich in der nächsten runde hier machen wir jetzt gerade noch eine bauchlandung da ist unser schiff ok dann geht es ja doch dachte wir knallen da schon wieder gegen ne so den da kriegen wir dann abgebaut ja ja machen wir da abbauen dass wir da ressourcen noch kriegen und dann gucken wir uns nächstes mal an dass wir unser schiff wieder ein bisschen vergrößern dann geben wir auch mehr waffen rein und so ne und mehr diese bauteile obwohl die können wir uns ja mal angucken ne äh bauen hier was haben wir denn alles so gekriegt oh da ist der jetzt schon reichlich ne schaden 8 1 9 10 20 ok das sind abwracker 20 jetzt müssen wir noch wissen was seiten der eigene ist schon ne abwracken 20 1,2 piraten greifen den sektor an ok wir sind wohl schon eine gesuchte größe schaden 1,5 0,9 3,4 alles kleine waffen die keiner braucht ne ja hier der 20,9 ne der war interessant aber sonst die piraten schon um die ecke oder oder oben sind sie ja mit kuh kann man sich nicht drehen ich dachte da würde man sich drehen sondern da fliegt man hoch und runter mit kuh ok aber so wie es aussieht kriegen wir das hier noch schnell hin der ist ja schon in der mitte ausgehöhlt und die herrschaften sitzen da oben links wie man sieht sind aber diesmal ein paar mehr oder sind es vier da müssen wir mal gucken dieser block ist noch etwas größer aber auch schon weg so alles klar abgebaut wunderbar und weg ist er da ist noch ein bisschen wo sind die drei denn oder vier hier gibt es noch was da flackert ein weißen das weiße noch wo sind sie da sind sie 13 weg 16 17 13 weg alles gesetzlose der algeo piraten die greifen wahrscheinlich gleich hier unseren freund an den bergbau roboter oder sind auf unserem weg gut dann würde ich aber sagen soll es für die folge erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann